Ja, grüß euch meine Freunde zu der nächsten Runde Abhütte-Ad. Wir hatten kleine technische Probleme gehabt, die wir jetzt auf jeden Fall behoben haben. Mein Kumpel Denner kann jetzt mal ordentlich sprechen und ihr werdet ihn auch besser verstehen. Genau, jetzt könnt ihr mich live und in Farbe hören. Und in Farbe hören, ja. Alles klar, ist auf jeden Fall viel geiler jetzt, dass du mal ein bisschen los torten kannst, ey. Ich wollte in diese Scheiß-Rakete jetzt. Ach ja, stimmt. Ja, sie wollten ja in diese Rakete zerren. Kriegen wir das hier irgendwie in den Fuß reingestanzt? Ich hab den... Ah! So, es funktioniert. Komm, wir sind drin, wir sind drin. Nein, wir sind draußen. Rodeo, oder? Rodeo, Alter, Rodeo. Geil! Kriegen wir jetzt irgendwas? Nichts. Lass los die Hütte. Bein kommt mit. Ich will dahinter, ja. Ich finde den perfekten Apfel. Den perfekten Apfel. Na, hier gleich das Grüne hier. Ja, das sieht aus wie hier mit der Target alle zerschnippelt. Oh, oh, oh. Ganz unauffällig jetzt. Ja. Madame, hier zur Beschwichtigung eine Bananenschale. Kennst du hier, wie ihr über die Bananenschale stolpern oder was? Lympho oder wie? Perfekten... Ah! Sehr geil. Um Gottes Willen. Oh Gott, ich... Ah! Ich glaube, Super Mario war hier. Das ist keine gute Frage. Ey, da hat der... Der hat auf jeden Fall nichts. So, dort liegt der perfekte Apfel. Ganz ruhig. Wir checken bloß das Regal, ob das auch noch gut intakt ist, ja. Sehr geil. Ach, ich bin super froh, dass dieses fucking Headset funktioniert, ja. Vor allem, ich habe zu Anfang gelesen, stanz, finde den perfekten Apfel, finde den Pferdeapfel. Finde den Pferdeapfel. So, schnapp dir die Schokomilch. Warum bin mein Bein nicht mit, ey? Verflucht. Jetzt. So. Schaut sie nicht so, Madame, ich bin ausgebildeter Kung-Fu-Kämpfer, ich trainierer bloß meine Kicks. Was ist das? Van Damme, ey. Van Damme. Warte mal, lass doch mal gucken, da steht Milch, oder? Ist das Milch? Das ist Milch. Ah, da hinten, da hinten, das leuchtet sie. Hier. Entschuldigen Sie mal, ich möchte jetzt erstmal kurz diese Madame hier belästigen. Entschuldigen Sie Madame, lassen Sie sich mal kurz umarmen, ja. Aaaaah. Ja. Und ihren Wagen geklaut. Haha, schnell weg, schnell weg. Nein, nein. Madame. Entschuldigen Sie. Sind wir hier bei der Crash-Car-Rallye, oder was? Verziehen Sie sich. Ja, dort Madame haben sie einen Wagen, oder? Komm mit, komm mit. Ja, ich zieh langsam mit. So, alles klar. Das brauchen wir nicht. Und die brauchen wir auch nicht, aber das hier brauchen wir. Die da, die da. Die da, die da, die da. Wunderbar. Ja, wie er sich freut über jede kleine einzelne Ware, ja. Ja. Sieh dir mal diese Hämmerchen an der Wand hängen, ja. Die sind doch eins zu eins aus Minecraft gemopst. Ja, oder? Lass uns mal hier kurz irgendwas basteln. Ja, hier ist sogar so ein Pimmelkopf hier. Guck doch mal hier Pimmelkopf. Ja, wir machen einfach nur alles zunächst, was ja jeweils eh noch stundenlang aufgebaut hat. Ja, war hier ein Bild. Krawall. Krawall. Weil dann hatten Sie schon Ihre Proteine. Ja. Ist das mit den Proteinen und Proteinen? Ich habe... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Milch ist umgefallen. Oh nein. Hol dir eine Sushi-Pröbchen, ja. So, ja. Moment. Mein Bein. Da müssen wir rein, oder? Ja, wahrscheinlich. Na dann. Die hat keinen Bock auf Ihrem Wagen. Das sind dann immer noch dort stehen, ja. Hier. Ran damit. Was will ich denn mit der Milch? Weg damit. Oh hier. Das will ich mit Sushi. Das nehmen wir mit. Komm raus hier. Die guten T-Rex-Rippchen hier an der Wand, ja. Die werden wir hier auf Fred Feuerstein oder was. Ja. Wenn wir uns noch ein Stück weiter drehen, dann siehst du Rocky trainieren. An so einer halben Kuh, ja. Ja. An so einer halben Aufgang mit dem Kuh. Ja, mit geworden ist genug. Komm wir basteln uns auf ein schönes Gebäude oder so. Ne, ich habe das. Oh nein, dieser Koch. Das ist ein Pimmel. Ach du Scheiße. Komm mit. Komm mit. L2. 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 L3. 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 L4. L3. 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 L4. L3. Geh vorne an die Kasse, aber hier muss man jetzt ja alles selber scannen, ist ja perfekt. Hier gescannt, nochmal gescannt, sag mal gar nicht doppelt, was solls. Wo ist das Musik? Als wir hätten Kassierer wären. Ja, eigentlich schon. Ist das jetzt auch schon gescannt? Die Pizza noch nicht gescannt, oder? Ja, alles gescannt. Zufriedener Bursche. Die sind doch kein Portugiese, Mann! Halt's schon nicht leicht als Oktoboodle, ja. Als Oktoboodle, ja. Die Musik ist absolut traumhaft. Ja, ziemlich erschrocken. Hipster. Ja, das muss für den sein wie Auschwitz. Wie servierig eine Oktopussy. Das steht bloß auf meine vierten Tage. Wird er losgelassen, ja. So, höre dir deine Gutschein von Scarlett. Wann das Ding? Au, was denn? Gib das Ding her, jetzt hier. Renn doch nicht weg! Okay, wir müssen hier ein Ticket. Wir müssen versuchen, hier komplett durchzumlaschen. Zeig uns einfach komplett vor, warum wir nicht. Ne, wir sind hier... ...Alpha-Typ. Ja, ich meine Beine nicht fräst dir. So, ich übernehme das jetzt. Verziehen Sie sich bitte. Weg mit der Kasse brauchen wir nicht. Geht sie weg mit ihrem Buch. Ich bin ausgebildeter... ...Kassierer-Typ. Kassierer-Typ. Oh, der Streber liest ein Buch. Oh, er kriegt die ganze Zeit das Ding über den Kopf gezogen. Oh, hast du dich verlesen? Findest du deine Zeile nicht mehr? Warte, ich will ihm noch eine Schelle geben. Komplett ausgeholt, ey. Und die Schelle verpasst. Oh nein, ein K. Komm, wir legen jetzt versauten... Ne, scheiße, komm. Können wir dort hoch gucken? Vielleicht kommen wir irgendwelche versauten Sprüche aus. Ja, Sprüche. Hättest du das hier fest? Ist hier Delfin mit Zylinder oder was? Wo ist denn jetzt die... Ach, das haben wir schon eingelöst. Werbesbiologen erkennen einen Fisch auf den ersten Blick. Oh, oh, oh. Erkennen die. Also können wir ja nicht durchlaufen. Ah, nein, nein, nein. Wir wurden enttarnt. Scheiße, ey. Ich bin Batman. Nein, da müssen wir irgendwie vorbeigucken. Alles von vorne oder was? Ich hätte den nicht, aber das wäre so in dem Spielen hier abkacken. Doch, auf jeden Fall. Geschockt ist ein Blubbern. Kann ich nicht überspringen oder so? Klar kann ich nicht überspringen, guck da mal hier. So, diesmal sofort. Geh mir das Ticket dran jetzt hier. So, weg hier. Ich bin der Erste. Ich durfte schlängeln. Wir haben uns hier komplett limboartig vorbeigeschlängelt. Jetzt. Nimm doch einfach das Ticket hier. Nimm das. Lass uns mal das Buch hier an die Kasse. Spackio. Wir müssen so ein Ticket krapschen. Schnell. Ah. Weggekrascht. Go. Trennen. Trennen. Nein. Lass uns doch mal ein bisschen in größeren Bokel schwingen. Lass mal hier lang laufen. Hätte ich aber das hier. So was hier so schwierig ist einfach hier durchzuschlaufen. Lass uns hier durch. Lass uns hier durch den Souvenir Shop. Oh. Sehr gut. Krabbe ist hier. Krabbe ist hier. Krabbe ist hier. Krabbe hier. Ja wir machen hier einfach nur Breakdance. so perfekt weil er durch die schütte mich einfach durch hat er war da war da das lassen wir denken ein schönes kunstwerk Nein, 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 ich stand da lang, ich stand da lang, lauf, 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 lauf. Der Sinus ist doch gar nicht mehr, wie es ist lang um die Ecke. So, perfekt. Okay. Parcours. Parcours, immer noch Parcours. Wie, Hamai. Das ist meine Hamai, die verprügeln. Jawohl. Jetzt guckst du so schlamm, oder? Na ja, wenn ich da reden, das ist ja für Kinder. Meine Kleine, willst du mal einen echten Ausdruck? Ja, willst du eine echte Oktopussy sehen? Wo ist jetzt Hamai? Schleißer, schneller. Mein Bein ist da ja, jawohl. Die ist göttlich, also die sind Leute. Ey, die wundet ihr uns die ganze Zeit da. Das ist ja kurz eingekackt. Komm her, Mohammed-Typ. Jawohl. Jawohl. Wie jetzt? Wollt ihr in dein Bein stellen? Ja, schön. Jetzt hast du mal die alle verschwarten hier. So, Pinner, Stacy, Scarlett und Tommy. Ja. Tommy! Das war ja... Was ist das denn hier lang? Das ist doch, oder? Das ist nicht unsere Tochter? Der Name ist einfach auf, welche Zimmer. Das war hier durchlaufen. Kann das hier durch? Komm her! Oh, hier! Ja! Ich hab nur gedacht, rechts geht's auf. Na ja, was jetzt? Nein, mein Bein! Nein, mein Bein! Nein, mein Bein! Ja, schwimmen sie mal. Boah, jetzt wird's ja gruselig. Hey, girl! Moins, der Gäste. Was ist denn hier, was ist denn das? Was ist denn grün? Ich möchte es bitte haben? Äh, okay. Äh? Uuuuh. Ach, du Scheiße. Oh, was? Okay, warte, 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 warte. Dort drauf, dort drauf. Also müssen wir immer auf die Plattform draufdrücken. Nein! Dad, I tried to get like you and hit my head. Hahaha.